Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Schön, dass du wieder dabei bist und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann mach es genau jetzt, damit du keine Passübung, Spielform, Schnelligkeitsübung und 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 mehr verpasst. Also abonniere mich bitte jetzt. Ja, was habe ich heute Schönes für dich? Eine schöne Passkombination für den sauberen Spielaufbau. Hier jetzt über die linke Seite, das gleiche ist auch nochmal über die rechte Seite auch aufgebaut. Und eigentlich gar nicht eine ganz einfache Passfolge mit dem Zentrum zu spielen, dann nach außen zu spielen, in die Tiefe zu spielen, Zentrum mitzunehmen, wieder eine Klatschoption. Und dann über die linke Seite wieder hier eine Klatschkombination über die Außen in die Tiefe zu spielen. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, diese Abläufe immer wieder zu trainieren. Das ist glaube ich das A und O, damit die Abläufe drin sind, damit man es dann einfach aus dem Unterbewusstsein wiederholen kann. Man spricht ja davon, wenn man 10.000 Wiederholungen gemacht hat, dass es dann auch verinnerlicht ist. Und deswegen sind Passübungen für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, am Anfang müssen die Jungs noch ein bisschen reinzukommen, aber das kann man ja dann ein bisschen erhöhen, das Tempo, wie ihr es jetzt hier sieht. Aber fordert immer wieder die genauen Pässe ein, flache Pässe. Das kann man gerade hier so schön auf dem Kunstrasen, kann man es natürlich sehr, sehr, sehr schön machen. Auch immer wieder mit der Innenseite zu spielen, Genauigkeit hinzukommen. Ja, das ist dann halt die Trainerarbeit. Ja, schön, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger.